Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Oleksandr Uzyk sowie sehr viele andere waren beim Event von Fury gegen Engano und waren sehr geschockt darüber, was Fury dort geliefert hat. Ja, Conor McGregor war ebenfalls extrem beeindruckt von Francis Engano und hat gesagt, ja, Fury hat es nicht einmal geschafft, Engano auf irgendeine Weise großartig zu verletzen. Jetzt hat Fury erstmals offen und ausführlich über den Kampf gesprochen. Einen Tag danach, da hat Fury jetzt ein Interview bei Boxing King Media gegeben und Engano seinen deutlichen Respekt gezollt, Freunde. Und darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Lasst an dieser Stelle unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, weil 60% von euch dies noch nicht getan haben. Supportet mich gerne und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NoTime, könnt ihr mich supporten. Man kann Francis Engano gar nichts wegnehmen, sagte Tyson Fury im Interview. Er ist ein sehr guter Kämpfer, er hat mir einen sehr guten Kampf geliefert und das war's. Ich habe sehr gut trainiert. Ich habe mich sehr gut vorbereitet und ich habe keine Ausreden. Also an alle, die jetzt wirklich die ganze Zeit gesagt haben, warum Fury so schlecht performt hat, war aufgrund von mangelnder Vorbereitung, Fury dementiert hier das Ganze und sagt ganz klar und deutlich, ey, ich habe mich zwölf Wochen lang vorbereitet auf Francis Engano. Also kommt mir nicht mit, ich hätte den Kampf nicht ernst genommen. Und Fury sagte sogar bei ESPN im Interview direkt im Ring nach dem Kampf gegen Engano, dass er schon die ganze Zeit gesagt hat, schon vor dem Kampf, dass Engano deutlich gefährlicher ist als Usyk, als wenn er gegen Usyk kämpfen würde. Und ja, da bin ich gespannt, wie das Ganze mit Engano natürlich weitergeht. Wenn ich nicht so hart trainiert hätte, wie ich es getan habe, hätte ich diesen Kampf wahrscheinlich nicht überstanden, sagte Fury. So ist das beim Boxen. An manchen Tagen hat man gute Tage, an manchen Tagen nicht. Man muss einfach weitermachen. Der ungeschlagene WBC-Champion Fury wollte sich zwar nicht für die Leistungen entschuldigen, die viele als schlecht bezeichnen, sagte aber, er habe den Rost im Ring gespürt, da sein letzter Kampf im Dezember 2022 gegen Derek Chisora war. Ich hatte das Gefühl, dass mein Timing ziemlich daneben war. Ich war schon wieder fast ein Jahr nicht im Ring. Ein bisschen Ringrost, würde ich sagen. Es war alles andere als ein typischer Tyson Fury. Er bestätigte auch, dass es keine ernsthaften Verletzungen gibt, die einen bereits unterzeichneten Kampf gegen Usyk verhindern. Nur ein paar oberflächliche Prellungen. Es gab einen kleinen Zusammenstoß mit den Köpfen und natürlich ein paar Schläge. Nichts Großes, keine ernsthaften Verletzungen, sagte er. Aber man sieht hier natürlich die klaren Blessuren von Tyson Fury, dass er ein ordentliches blaues Auge hat. Ein paar Schramm hier und da, während Nganu wirklich gar nichts hat. Also man hat hier deutlich an Furies Gesicht gesehen, wer hier mehr Schaden genommen hat in diesem Kampf. Deshalb sagen viele auch, Nganu hat gewonnen. Ja, ich werde es einfach den Leuten überlassen, meinen Promotern, wie es weitergeht mit Usyk, sagte er. Ich bin gespannt. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.